Das Hotel Santa Fe liegt in Kenpica Fort in Mallorca. Das Hotel Santa Fe ist beliebt unter den Gästen. 81% empfehlen das Hotel weiter. 392 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,4 von 6 Sonnen bedanken. Zimmer Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4,4 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und da Sie aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Du wirst den Gäste. Hierkarte. Du wirst den Gäste. Du wirst den Gäste. Du wirst den Gäste. Unterhaltungsmöglichkeiten. Vielen Dank.